Heute lernen wir, wie wir diesen Oberkörper modellieren und zwar aus dieser einzelnen Kugel heraus. Diese Kugel wird also weiter verändert, immer wieder in Form gebracht, mit einer speziellen Technik immer verfeinert, bis wir zu so einem Ergebnis kommen. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der Skizzierung. Um euch ein bisschen zu unterstützen mit der Formfindung, könnt ihr euch Hintergrundbilder zum Beispiel von einem Bodybuilder Vorder- und Seitenansicht einkopieren und dann einfach mit dem Annotate-Tool nachzeichnen. Ihr könnt auch direkt die Vorlage verwenden. Dazu hilft zusätzlich, wenn ihr die Opacity etwas runter setzt, damit unsere Vorlage hier nicht zu stark in den Vordergrund drückt und zum anderen die Thickness so, dass es etwas verwaschener ist. Ich beginne jetzt mit einer UV-Sphere, die habe ich etwas kleiner gezogen, also ganz wichtig auch den Scale-Up-Line. Und dann werden wir uns jetzt mit einer neuen Remesh-Methode beschäftigen. Vorher haben wir hier immer einen Remesh-Modifier angewandt. Es gibt eine geschicktere Möglichkeit, die ich bei einer Künstlerin gesehen habe und zwar bei Victory 3D. Ihr Ansatz gefällt mir sehr gut, ebenfalls kein Dynamic Topology, da her wird sie immer den Remesh-Voxel-Remesh verwenden im Vertex-Tab. Und aufgrund meines Scales brauchen wir beim Remesh einen 0,05er-Voxel-Size. Das heißt, wir geben Punkt 0,5 ein und können jetzt einen Voxel-Remesh darauf anwenden. Und immer wenn uns das Mesh ausgeht, gehen wir auf Voxel-Remesh und er wird die aktuelle Form einfach mit gleichmäßigen Faces belegen. Und somit gehen uns die Polygone nicht aus. Als erstes gehen wir jetzt in den Sculpt-Mode, machen unseren Mirror an und beginnen auch schon mit dem Zurechtziehen. Wir geben jetzt erstmal die grobe Form an. Das ist ganz wichtig, dass wir jetzt schon mal ganz, ganz locker hier aus der Hüfte arbeiten. Wir müssen hier noch nicht zu genau werden. Es geht jetzt einfach nur darum, dass wir die grobe Form erstmal hinbekommen. Da hilft uns jetzt unsere Zeichnung enorm, die uns schon mal unsere ganz typische Form vorgibt. Hier wird es jetzt auf jeden Fall Zeit für den Voxel-Remesh. Und jetzt können wir hier wieder ein ganzes Stück weiter bauen. Machen wir jetzt, bis uns die Form wirklich einigermaßen gut gefällt. Auch immer oben drauf schauen. Jetzt geht es erstmal an die Anpassung von unserer Oberkörperform. So kriegen wir relativ schnell eine Form hin, die uns gefällt, die auch später fürs Modelling dann gut weiterverwendet werden kann. Wenn euch die Polygone zu grob werden, dann ganz einfach nochmal ein Voxel-Remesh mit einer etwas feineren Auflösung. Das werde ich jetzt auch gleich machen, denn die grobe Form hat sich hier wirklich schnell gefunden. Also gehen wir hier von der 0,5 auf die 0,4. Nochmal ein Voxel-Remesh. Und dann können wir jetzt in die Feinheiten gehen. Hier spule ich jetzt ein bisschen vor. Die Sachen, die ich hier mache, sind einfach nur mit dem Grabbrush die ganzen Arme rauszuziehen. Noch ein bisschen hier den Latissimus und unten die Hüfte. Es ist im Grunde kein Hexenwerk. Ich habe nur sehr lange gebraucht und deswegen spule ich manche Bereiche einfach nach vorne, die keinen detailreichen Mehrwert ergeben, aber definitiv zum Anschauen wichtig sind. Ich werde öfter solche Vorspur-Sequenzen einbauen, aber dazu sprechen. Wichtig ist auch, dass ihr immer wieder pausiert und nochmal eure Referenzen anschaut. Besonders wenn ihr mit der Anatomie noch nicht ganz so firm seid, schaut euch immer wieder ganz in Ruhe an, was ihr hier eigentlich tut. Es ist absolut nicht nötig, hier zu hetzen. Versucht lieber einen Blick dafür zu bekommen, was ihr noch alles einsetzen müsst, was ihr genau noch bauen müsst. Und nehmt nicht mein Modell als Referenz für die Anatomie. Es ist ganz wichtig. Schaut immer, dass eure Referenz die beste mögliche ist. Und meine ist es mit Sicherheit nicht. Es geht darum, dass ihr die Muskeln und so weiter bereits von einem echten Körper abnehmt. Und nicht von einem Skyped, der wiederum auch nur eine nicht ganz perfekte Kopie des menschlichen Körpers ist. Denn genau das ist das Problem. Wir versuchen ja etwas zu kopieren und das kriegen wir nie so hin wie die Natur. Wenn unsere Zeichnung nicht mehr gut sichtbar ist, dann holen wir uns die einfach wieder. Indem wir hier bei der Front die Opacity jetzt nach vorne setzen und dann unser Mesh nochmal ein Stück anpassen können. Aber ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden. Das sieht auf den ersten Blick schon mal ganz gut aus. Hier können wir die Front wieder ausblenden und die Seite machen wir auch noch ein bisschen stärker hier. Ich würde sagen, für den Anfang ist das gar nicht schlecht. Schulter ein bisschen zu kugelig. Für den Anfang gar nicht schlecht. Das heißt, unser erstes Stadium haben wir schon mal erreicht. Wir haben den maximalen Detailgrad erreicht, mit dem wir hier arbeiten können. Und gehen jetzt ein kleines Stück weiter in die Tiefe. Das bedeutet, jetzt nehmen wir ein 0,3er Mesh. Wir sagen einmal Voxel Remesh. Und werden nun die Arme noch weiter ausbauen. Hier können wir wieder entweder mit dem Grab Brush arbeiten oder wir verwenden den Draw Brush oder den Inflate. Jetzt werden die Arme ausgebreitet. Die müssen jetzt ein ganzes Stück länger werden. Und dabei verlieren wir extrem viel Polygone. Daher immer wieder ein Remesh draufsetzen. Wir haben hier keinen Druck. Wir können einfach bauen und mit dem Remesh uns keine Gedanken machen über ein ausreichend feines Mesh. Die Details kommen alle später. Jetzt müssen wir noch ein bisschen auf den Rücken achten. Wir haben diesen Trapezmuskel, der von den Schultern über die Schulterblätter geht bis zur Mitte des Rückens. Und oben am Nacken endet. Und dieser Trapezmuskel ist so ziemlich der größte, den wir hier ausarbeiten. Da können wir uns besonders viel Mühe geben. Links und rechts vom Trapez unten beginnt der Latissimus. Und genau da müssen wir richtig viel Charakter reinbringen. Hier verarbeiten wir noch ein Stück nach unten. Und schauen uns unser Gesamtkonzept an. Wichtig ist, dass unsere ganzen Details über unser Modell hinweg die gleiche Stufe haben. Das bedeutet, dass wir nicht versuchen zu viele Details reinzubauen, aber gleichzeitig auch nichts auslassen. Das heißt, jeder Bereich sollte einmal angefasst werden, bevor wir mit einem feineren Mesh weiterarbeiten. Hier jetzt nochmal eine erhöhte Pixelanzahl. Jetzt haben wir das Maximum ausgereizt von unserem aktuellen Mesh. Jetzt können wir also glätten. Das ganze Ding nochmal ein bisschen in Form bringen. Die Hände und die Füße, sowie den Kopf und der Unterkörper sind bei uns getrennte Modelle, damit wir die volle Aufmerksamkeit darauf haben. Die lassen sich später, wenn sie ungefähr die gleiche Detailtiefe haben, einfach wieder verbinden. Das kommt später. Aber am Anfang ist es nicht nur performance-technisch wichtig, sondern auch, dass wir unseren Fokus darauf legen, was wir gerade bauen. Und beim Oberkörper, der so viele Details hat, ist es einfach wichtig, dass wir dort erstmal konzentriert arbeiten, ohne uns Gedanken machen zu müssen, über Füße, Hände oder vielleicht sogar die Beine. Der Rücken wird oft etwas vergessen, ist aber eins der aller, aller wichtigsten Dinge, was das Gesamtbild angeht. Dort finden wir unfassbar viele Muskelstränge, die dem Ganzen einen unglaublichen Wert an Realismus verleihen. Die typische Strategie ist immer, mit dem Draw oder mit dem Grab wieder rein in die Vertiefung, rein zwischen die einzelnen Muskeln, die dort sind und danach wieder zurück zur Normalität, wieder leicht glätten und wieder reinarbeiten. Damit wir einmal eine gute Platzierung haben, eine gute Verteilung und eine Orientierung am Mesh. Wir werden immer wieder Dinge aufbauen und wieder substrahieren von unserem Gewebe, was ganz, ganz normal ist. Es ist ein fließender Prozess. Jetzt mit einem Stück feineren Mesh können wir uns jetzt ein bisschen auf die Verteilung der Unterarmmuskeln konzentrieren. Hier haben wir über dem Anschluss des Bizeps den ersten Unterarmmuskel, der quer rüber zeigt. Das ist ein Muskel, der geht quer rüber, nicht gerade. Hier jetzt gerade unter der Achsel nehmen wir erstmal Material weg, definieren die Schulter. Es ist immer ein definieren und dann wieder verbinden. Hier unser Schlüsselbein, jetzt nochmal eine Definition zwischen den Brüsten und natürlich nach oben die Sehnen für den Hals und wieder glätten. Jetzt haben wir ziemlich runde Brüste, die müssen wir jetzt noch ein bisschen schärfen. Das können wir später nochmal mit dem Grabbrush machen und den Ribcage, also den Rippenbogen und den Brustkorb nochmal etwas anpassen. Zur Orientierung einfach nur die Bauchmuskulatur. Jetzt sehen wir schon, dass die Brüste stark langgezogen sind. Die müssen wir jetzt noch ein bisschen anpassen. Die Schlüsselbeine sind noch ein Stück weit zu weit oben. Die ziehen wir noch ein bisschen nach unten, geben dem Ganzen wieder eine Form. Das ist das Gute, wenn wir auf dieser Detailstufe arbeiten. Das sage ich immer wieder, aber es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass wir die richtige Detailstufe für die richtige Grobheit und Feinheit unserer Arbeiten finden. Später haben wir ansonsten sehr schnell ein sehr knubbeliges Werk, da sich kleinere Verschiebungen dann oft in Wellen über das ganze Modell ausbreiten und wir viel zu tiefe Dellen schlagen, die allerdings sehr, sehr klein sind. Das heißt grobe Mesh-Veränderungen auch bei grobem Mesh. Der Übergang zwischen Trizeps und dem Bizeps ist relativ schwierig, also vor allem für mich und da werde ich noch einige Male dann rumschnibbeln, bis das ordentlich gelingt. Achtet auch drauf, weil es ein oft gemachter Fehler ist, dass die Achsel richtig tief reingeht. Die Arme sind nicht seitlich angewachsen, sondern haben unten drin wirklich ganz viel Platz. Gute Achsel ausarbeiten ist wichtig und der Übergang zwischen dem oberen Schulterkopf, dem vorderen und der Brustmuskulatur, da ist eine Verbindung. Die werden wir jetzt dann auch in einem etwas späteren Teil wieder etwas glätten. Hier den Trizeps noch ausarbeiten, den unteren Teil des Trizeps und hier noch den Übergang zwischen der hinteren Schultermuskulatur, Trizepsübergang und die Nackenmuskulatur aufbauen. Nun werden wir mal beim Oberkörper noch an der Brust noch ein bisschen rumschnibbeln. Hier haben wir diese Verbindung, die ich vorher erwähnt hatte. Die muss noch ein bisschen besser sein, also zwischen dem vorderen Schulterkopf und der Brust, da ist eine ziemlich gute Verbindung. Und da unten drin, da haben wir wieder so eine Kehle, so einen Hohlraum, der dann in die Achsel übergeht. Hier können wir noch ein bisschen schärfer definieren, also es geht ums Übertreiben oft auch. Also später wird unser Charakter wahrscheinlich weniger definiert und mager sein, als er jetzt ist. Wichtig ist aber, dass wir die Beulen an der richtigen Stelle haben. Glätten lässt es sich immer noch, aber Details hinzufügen ist im Nachhinein einfach nicht möglich in der richtigen Position, wenn man nicht ein perfektes Auge dafür hat. Von daher übertreiben wir ein bisschen mit den Muskelsträngen und mit der Größe der Muskulatur. Mit einem Smooth Brush kriegen wir den in Nullkomman nichts, ein paar Körperfettprozente nach oben. Andersrum ist es immer sehr, sehr viel schwieriger. Beim Unterarm, was ich finde, ist eine der schwierigsten Stellen, da diese Muskeln eben quer gehen und nicht stark abgezeichnet sind. Und bei den meisten Menschen erkennt man bei den Unterarmen nur sehr, sehr schwer die unterliegende Muskulatur. Und dennoch werde ich, gerade wenn wir dann die Hände verbunden haben, noch einen sauberen Übergang zum Handgelenk schaffen. Denn das sind Bereiche, wenn wir dann zum nächsten Teil kommen, also zum angeschlossenen Teil, da werden wir natürlich ganz am Ende erst drüber arbeiten, wenn wir die einzelnen Teile verbunden haben. Und jetzt kommen wir auch schon langsam in den Bereich, wo wir wirklich definiert sind, wo wir jetzt den Oberkörper nochmal stärker definieren müssen mit dem Remesh und nochmal ein Glätten drüber. Gerade jetzt haben wir bei einer relativ hohen Detailstufe. Ich möchte unbedingt unter den 300 Tries bleiben am Ende für unseren Oberkörper, damit das Verbinden auch ungefähr auf dem gleichen Level geschieht, wie unser Kopf sich befindet und wie wir dann auch die Hände bauen werden und die Füße und die Beine. Dass das Ganze nicht ein super feines Mesh mit einem sehr groben verbunden wird. Den Trapezmuskel, den habe ich jetzt noch ein bisschen vergurkt. Den muss ich noch ein bisschen nachbearbeiten, etwas schwächer ausprägen, vielleicht noch ein bisschen mit dem Grabhush reinziehen. Und jetzt konzentrieren wir uns noch ein bisschen auf den Trizepsübergang, die Spaltung zwischen Trizeps und Bizeps, dann diesen seitlich verwundenen Unterarmmuskeln, der nach unten geht, dann die Ausbuchtung. Man hat ja so eine typische V-Form zwischen dem Bizeps und den zwei unten liegenden Unterarmmuskeln. Wenn ihr bis hierhin gefolgt seid und einigermaßen mitkommt, dann dürft ihr euch ein weiteres Mal beglückwünschen. Somit können wir arbeiten und das ist jetzt der Oberkörper. Der Unterkörper werden wir im nächsten Tutorial machen, danach folgen noch die Hände und die Füße und danach das wunderbare Verbinden aller Teile zusammen und einem kompletten Überarbeiten unseres Charakters auf einer ganz neuen Detailstufe. Untertitelung des ZDF, 2020